Du bist ja ein Fan von diesen Challenges, ne? Ja. Kennst du die hier? Natürlich. Du kriegst eine schöne Aufgabe von mir. Du weißt ja gegen wen wir heute spielen, ne? Bekannter Mann. Hans Sarpay sei Name. Gehst du vor dem Spiel zu dir? Sag ich so, Hans, gutes Spiel. Mach's so. Krieg ich hin. Hans, schön schön gutes Spiel. Ey, Spy, die muss das auflösen gleich, ne? Ich schwöre, der hasst mich sonst. Der guckt so. Das war nur Spaß hier von unserem Spieler. Der muss so ne kleine Pläne schaffen.